Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem mehr oder weniger erstem Video. Ich habe einfach mal ein bisschen aufgenommen mit einem Kumpel, Kutzi, und ich finde das eigentlich ganz nice. Mich freuen, wenn ihr euch das reinzieht und dann bis gleich zum Video. Komm, schaffe ich noch die 14? Ne, ich schaffe die 14 Klicks glaube ich nicht. Vielleicht geht es bei dem, da verbrauche ich beide Hände. Ne, mit beiden Hände schaue ich das richtig. Ich kann ja irgendwie versuchen mal hier so hoch zu springen oder so, dann kommt der Bot nicht hier hoch. Ja, der kommt halt echt nicht hier hoch. Oh, könnte Felix sein. Weg. Lol, wie der halt rennt. Richtig so zickzack. Sie läuft zickzack, oder? Lol, wie ich den schweren Bot abziehe. Jetzt rennt er weg. Lol, wie schnell er rennt. Der hat ja Speed 10 oder sonst was. Was? Wie schnell der ist. Ja, aber nicht richtig schnell. Das ist halt auch alle Skill. Lol, GG. Oh, nur 1G. Hat nur für 1G gereicht. Hey und willkommen. Hier ist wieder euer Gomara DLP. Ohne Zahn, natürlich. Ihr kennt mich ja schon. Kutzi zwingt mich dazu, diese Aufnahmen jetzt reinzuschneiden. Egal, was passiert. Wetten, er spammt mich, wenn ich ihn jetzt irgendwie gut treffe oder so wieder mit der Rot weg. Oder er trifft mich von Anfang an gut. Ja, komm, dann mach ich das halt. Toll, bin ich ins Wasser gelaufen. Oh, was war das denn für ein Hit? Ich kann nicht spielen, ich schlagen irgendwie. Ja, ja. Guck, warte. Nee, ich guck jetzt nicht. Oh, danke für den Gold. Warum gibst du mir den? Ey, weil du so schlecht bist. Oh, fick dich. Aber dann esse ich den jetzt. Mir ist egal. Wo bist du denn? Wo bist du? Warte. Lass mich doch in Ruhe. Toll, wenn ich jetzt verliere, dann... Ah, zweieinhalb hatte ich. Du sagst, Alter, ich wusste, ich muss dich weiter hinten. Dann kriegt ihr auch Nacktbilder von Kutzi. Dann kriegt ihr auch Nacktbilder von Kutzi. Ich muss sagen, wie es gut wird. Ja, Nacktbilder von mir hat 300 Euro. Ich muss anspenden. Kutzi, sag mal jetzt nichts, wenn du damit einverstanden bist, dass ich die Nummer weiter schicke. Dann sag mal bitte nichts. Okay, Leute, ihr habt die Antwort. Wie Ihnen ist das vollkommen okay. Gut. So, an der Stelle möchte ich nochmal hinzufügen, dass die Nummer von Kutzi dann unten in der Beschreibung steht. Mach ich vielleicht gleich. Oh, nee, Flizzi schreibt mich an. B. Was denn? Was schreibt er denn? Er hat geschrieben, B. Hey, da bist du. Schau mal jetzt an. Guck mal hier. Nee. Hallo. Schau mich jetzt an, du Wichser. Flizzi. Schau mich jetzt an, du Wichser. Ne? Au. Nein. So, ja. Nein, 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 nein. Ich hab wirklich einen zweiten. Ich möchte mir auch noch hin kaufen, aber nicht noch einen zweiten, sondern dass ich dann... Egal. Ey, geh weg von der Kiste. Oh, Junge. Du hast auf all den Platz gelassen und ich laufe trotzdem vorbei. Egal. Irgendwann ist auch mal eine Kiste. Versuch jetzt bitte nicht so schnell zu sterben, ja? Ja, genau. Ich will nicht schnell sterben, was du mitdenkst. Hast du mal ein Enchanting Table? Du bist eigentlich... Ne? Ne, ich möchte jetzt, dass das jetzt hier endet. Und? Okay, also dann bis morgen. Tschüss, Leute. Ja, ja, ja. Das war gerade so ein richtiges Ohne-Zahn-Proven. Lass mich. Ich meine aber nicht von dir, sondern von Ohne-Zahn. Achso. Und das bin ich ja nicht, ne? Soll ich igeln? Ja, mach mal, ich trinke kurz was. Ne, ich trau mich nicht. Warte doch mal! Ich tu ihn jetzt. Neues. Hast du gut gemacht? Hm? Hast du gut gemacht? Ich weiß. Hast du nicht zum Sonst-Gut-Gut? Kann ich, kann ich, kann ich, ja, ja, ja. Schade. Ah, hier ist noch Zeug dran. Ne, mir ist ein Dias von mir. Hm? Ich will auch Dias. Dias. Ich will auch Dias. Hast du ein Dias jetzt schon? Ne, jetzt nicht so direkt. Ich schreib dann mal in Titel, ähm, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Scharp 4. Na und? Das ist zwar ein krasses Video, oder? Ja. Sag, dass es nicht schlecht ist. Hier ein Dias. So, ich fast-brische mich jetzt hier rüber. Nee, warum? Nee, meine ich nicht. Ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Ja, da sollten wir aufpassen. Willst du sonst nicht lieber bauen, dann fällst du als erstes runter. Äh, du kannst halt besser bauen, meine ich damit. Pass halt echt mal auf. Sonst schlägt er dich gleich runter. In die Höhe, in der Höhe. Oh. Ich reiß das jetzt noch. Mann, ich geh auf, Alter. Hier ist jetzt mein scheiß Döner. Was ist mit mir? Scheiß Tech-Deepack, ich hab das geändert. Ich muss in meinen Tech-Deepack spielen. Einen habe ich. Und den zweiten habe ich auch. Easy. Ey, jetzt musst du es reinschneiden und ich bin jetzt ein Stück Scheiße. Ja. Ach, Mann, bin ich gut, Alter. Was ist denn der erste, oder? Was denn? Oh, nee, jetzt ist mein Döner da. Ich geh dann mal weg. Oh, nein, gutzi. Nein. Nein. Ich bin mal so in 20 Minuten vielleicht wieder. Oh, okay. Nein. Kann es nicht gehen. Toll. Rad wohl, wo ich gut finde. Ob er jetzt wirklich gegangen ist. Kann er da nicht machen. Glaub ich. Jetzt sind wir ganz alleine. Find ich gut. Knockback ist halt krass. Knockback und Schaden. Versuchen sich aber auch nicht weiter rüber zu bauen. Zünd das TNT sofort. Nö, das zündet nicht sofort. Habe ich den da hinten? Ja, ich habe ihn. LOL. Nice. Wo sind die Eier? Habe ich die jetzt aussortiert? Fail. Schade. Kann ich vielleicht irgendwie eine TNT-Kanone bauen oder so? So, vielleicht. Nö, das hat nicht so geklappt. Kommt hier von irgendwo noch ein Typ? Nee. Könnte ich den halt echt runterboxen. Nehme mal den Enchanting Table mit. Ach, der soll halt nicht über mir sein. Das ist echt ekelhaft. Ja, der Typ ist da. Deine Potion. Und da kommen noch zwei. Und da kommen noch zwei. da. Ja. Und da. Da haben wir das. Da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Oh, sehr schön. Fast Full Iron. Nice. Steht halt noch der Brustpanzer. Aber hier oben ist auch irgendwie keiner. Oh, da ist der Brustpanzer. Kommt ein Typ. Stimmt auch, danke. Du hast ein gutes Schwert. Besser, als ich jedenfalls habe. Da kommt der Nächste. Der mich halt richtig krass weg vom Boot. Nice. Habe ich auch. Hatte keine Falte. Verdammt jetzt mich low. Okay, passt. Das Essen brauche ich jedoch. Äh, jedoch. Lief doch jetzt schon mal gut. Ich denke, ich komme nicht raus. Drei Spieler leben noch. Gut. Die werden dann wahrscheinlich ein Dior-Rustpanzer haben. Der Typ. Ah, bin ich nicht hin. Tschüss. So. Hier ist vielleicht nur irgendwo ein Dior-Rustpanzer oder so. Nee. Kisten müssen ja auch leer sein, rein theoretisch. Weil, da wurde gerade einer angezeigt. Das ist ein Goldapfel. Krass. Heißt, es gibt doch noch Kisten, die noch nicht gelootet sind. Es gibt hier Kisten. Nee, hier gibt es keine Kisten. Und ich bin direkt in der Mitte von den beiden. Das ist halt echt dumm. Der hat einen Dior, der hat es also mit Diabospanzer und der andere. Wenn ich jetzt reingehe, dann werde ich abgestaubt. Ich muss drauf hoffen, dass ich die abstauben kann. Ja, das wissen die beiden aber auch richtig gut. Hm. Das ist eine schwierige Situation. Für mich. Die sind auch noch besser equipped. Das heißt, ich sollte schon mal ganz hundertprozentig nicht den ersten Angriff fragen. Sonst fokussen die mich eventuell beide. Vielleicht. Geh weg. Geh weg. Geht auch weg. Geht auch weg. Geht auch noch ein Bogen, alter. Und da bin ich weg. Jetzt ob. Als ob die mich jetzt beide fokussen. Das ist ja mal richtig fair. Lol. Ah, jetzt immerhin nicht weiter. Sonst hätte ich das echt mal reportet. Ich bin hier schlechter ausgerüstet. Dann fokussen die mich beide. Sei dumm, wenn ich jetzt raufgehe. Ich habe sau wenig Herzen. Und schlechteres Equip. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob die jetzt besonders gut sind oder nicht. Slash Stats. Wild House. Ja, das spielt ziemlich oft. Slash Stats. Th. Ah, ich spiele auch ziemlich oft. Oh Gott, der schießt. Pfeil könnte ich gut gebrauchen. Einen habe ich. Einen Pfeil. Wow. Brauche ich ganz sicher nicht. Hier sind doch sicher noch ein paar Pfeile. Das ist halt echt nicht. Gerade sonst hätte ich sonderlich gut, was ich hier mache. Aber ich möchte gewinnen. Das wäre schon ganz praktisch. Das ist noch ein Pfeil. Pfeile schnauern jetzt. Pfeil bin ich auch wieder. Pfeil. Pfeil. Oder nicht. Pfeil. So. Ich mache erst mal was. Das ist echt ganz praktisch. Ja, ich habe mir halt gegeben. GG. Nice. Da ist endlich mal was gewonnen hier. Wo kurz sie weg ist, läuft es. So, bevor es jetzt nochmal wieder weiter geht. Hierzu kann man noch sagen, dass ich das jetzt mehr oder weniger die vorherrunde ausgenommen habe. Weil das einfach gar nichts passiert. Das Deathmatch war richtig spannend, aber das davor einfach ist nichts passiert. So. Der Kampf war krass. Ich weiß nicht, wie stark er ausgerüstet ist. Und halt drauf an. Ist er jetzt genauso? Ja, er müsste ja. Müsste ja. Ja, ist er. Nice. Und er hat einen Goldapfel, wie es aussah. Er spielt halt nicht schlecht. Und er ist ein Goldapfel. Ah, super. Ich hoffe, er hat nicht so viele davon. Jetzt ragt er immer hin. Erstmal. Er trifft zu oft. Und er hat noch einen Goldapfel. Das sind sechs Herzen, die er halt jetzt zusätzlich nochmal hat. Er hatte zwölf Herzen mehr. Alter. Er hat ja echt mal OP. Oh, das hat ihm Schaden gemacht. Fuck. Er hatte noch zweieinhalb. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und es steckt eine Menge Arbeit drin. Es war jetzt eine Stunde Videomaterial, die ich zusammengeschnitten hab. Und ja, falls es euch gefallen hat, wisst ihr ja Bescheid, würde ich mich riesig über einen Like freuen. Das wäre echt mega. Und mal sehen, vielleicht hat es ja wirklich jemand bis zum Ende geguckt. Dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Tschüss.